so wie er die messer schwingt hätte er einen besseren krieger abgegeben als ein koch heim ist da gerade eine idee gekommen ami der will wenn diese andere kraft von kassikami ist ganz schön stark ich wette sein erstes dem asmus war es der sie geweckt hat wenn es das mit dem sperrfisch tun kann dann überlegt mal was es mit einem nervigen monster entstehen wird ja sashimi luxuriös zu breites gericht führt den magen völlig gibt uns also auch jede menge kohlen sturmwind tech schrift oder intenzulich information ja reiseführer sturmwind technik 16 fehlt uns übrigens noch wie viel fehlt uns nach 16 noch sehr viel also ja sturmwind technik zeichnet ein linien die die turbulenzen des sturms repräsentieren um sturmwind einzusetzen amoterra sind fest ein wirbel wenn der das böse zerstört dickere linien machen stärkere stürme aber ihre dauer ist kürzer schwach gleich lang stark gleich kurz man könnte sagen ist es ein ausgerichtes system egal wie stark der sturm wird es werden immer drei tippen flaschen benötigt muss sich die richtige wegen stärkung das böse davon wehen zu lassen bestiarium da haben wir banditenspinne man sagt das war nicht das was wir nicht besitzen ist von geringem wert dieses schwer zu finden bis deutsch menschen und beraubt sie ihres besitzes um sich dann fortzustehen oder durch zu verstecken wenn du einer begegnest dann benutze deinen wertvollsten schatz als köder ja und fischliste haben wir jetzt den streifen schnapper schöner fisch sieht aber aus sieht besser aus als schmeckt und der unandert gefochten könig der see davon haben wir null weil wir haben ihn gerade zu sushi verarbeitet was soll denn dieser lärm hat um mich kein neues gericht zubereitet johann der katzen dame so vielleicht werden wir damit das hier los das war wohl zu viel der hoffnung ne damit werde ich das dann nicht los schaden genau geben wir mal neue tinte füchse füchse kenne ich bereits ich habe aber immer noch keine idee wie ich darauf komme hier ist eine kaputte treppe diese stellenstufen sind kaputt gemacht worden aber vielleicht sind sie auch nur einfach mit der zeit auseinander gefallen ich glaube nicht dass irgendeine pinsel bei sie wieder reparieren könnte ach da drüben wäre die katze okay aber ich kann es trotzdem mal probieren also helfen nur katzen kräfte und erst mal eine truhe zum öffnen mit einer ferne ich habe etwas kleeblatt glück und katzen zum füttern wie gesagt ich muss noch jede menge katzen am katzenturm füttern die ich nicht füttern konnte weil ich kein katzenfutter mehr hatte jetzt bin ich hier in dem tempel bereich wo ich wahrscheinlich auch ihn musste tag kumpel was bist du denn eine harpje ok ok Au Ernsthaft Das war ja jetzt schon fast ein Miniboss irgendwie Was? Ein Bonus von 1407? Das ist aber ein komischer Tag Er hat eine komische Zeit beobachtet Hä? Ist da jemand? Oh, hallo Große Mieze Katzen Mögt ihr Fisch? Nein, ihr mögt Fleisch Garantiert die Entwickler haben Die haben Fisch als Futter eingeführt Für Katzen Haben sich dann irgendwann überlegt Wir haben uns heute kein anderes Tier ein Was Fisch will Also bauen wir einen Katzenturm Damit der Spieler sehr viel Fisch verbrauchen muss Dass es uns niemals brauchen würde Ich kann hier oben entlang laufen Weil ich will dann mal da raus Hier hin Das kam mir irgendwie verdächtig vor Aber hier ist nichts Außer vielleicht bei Nacht Ein Schatz vielleicht Der angezeigt wird Das hier ist das Beobachterkap Man sagt, die Götter nutzen einst diesen Order Um mir den Himmel zurückzukehren In der Nacht bietet diese Order Einen großartigen Ausblick auf den Sternenhimmel Sogar die Sterne des wirbelnden Himmels sind von der Spitze des Kaps aus sichtbar Wirbelnder Himmel? Das ist eine Sternengruppe Sie bin eine große Spirale Wie ein himmlischer Wirbel Aber seit die dämonenformige Insel Auf See erschienen ist Gibt es mehr und mehr Monster Und der Himmel ist trübe Die unglaubliche Ausrichtung Auf die Sterne kann man nicht mehr genießen Du kannst die Sterne nicht binnen im Tag sehen Aber wenn die Nacht kommen Möchte ich mir bei einer Sternstupe etwas wünschen Wenn du dir etwas bei einer Sternstupe wünsch Dann wird der Wunsch wahr Vielleicht erscheint sogar der wirbelnde Himmel wieder Na es ist ja gut Dass es grad dunkel wird Beobachter Cup Mal sehen es sagt Wenn der wirbelnde Himmel sich im fernen Himmel dreht Dann soll sich ein Wirbel darunter öffnen Hatte auch gar nicht gesagt Dass der Eingang zum Drachenpalast ein Wirbel sei Aber ich kapiere den Wenn sich der wirbelnde Himmel dreht Teil nicht ganz Wenn der wirbelnde Himmel sich im fernen Himmel dreht Dann soll sich ein Wirbel darunter öffnen Hatte auch gar ja Dieses Bild ist wirklich Sieht ein bisschen wie eine Windmühle oder sowas aus Warum wird dieses Ort eigentlich Beobachter Cup genannt Die aussieht sich nichts was man Touristen empfehlen würde Hm Ja machen wir erstmal Nacht Ich glaube aber mit der Fähigkeit geht es nicht Ich glaube ich brauche wirklich Die Fähigkeit hier Hm fast Brauche ich doch die dicken Linien Bleib mal ruhig So Ähm Kraftstich Kirschbombe Blühen Seerose Rebe Wasserstrahl Mondschein Sturmwind Inferno Nebelschleier Katzenfuß Das wollte ich aber eigentlich nicht Ich wollte ins Logbuch gucken Doppelwirbel Beobachter Cup Wenn der wirbelnde Himmel sich im fernen Himmel dreht Dann soll sich ein Wirbel darunter öffnen Ja Ein Wirbel sei Aber ich kapiere den Wenn sich der wirbelnde Himmel dreht Teil nicht so ganz Ja Und im Bestiarium habe ich Blauer Zyklop Dieser krisgebige blaue Diese krisgebige blaue Brot fliegt für gewöhnlich und raucht Pfeife Wenn ihre Pfeife ausgehen dann werden sie zornig und erzeugten Blitze Das wieder anzünden der Pfeife beruhigt sie auf sie sofort wieder Ah ja Das war der Grund Das hat nichts gemacht Hm Aber er hat noch was zu sagen Okay Ich bin hier weil ich hoffe ich kann einen Wunsch stehen Aber Sternschnuppen sind jetzt selten nicht so wie früher So jetzt wäre doch noch eine Sternschnuppe vom Himmel erscheinen würde Dann könnte ich mir etwas wünschen Wenn du jetzt was einen Sternschnuppe wünscht Dann wird der Wunsch wahr Vielleicht erscheint sogar der wirbelnde Himmel wieder Warum bleibst du nicht neben mir stehen Und hilfst mir eine Sternschnuppe zu finden Hm Wie soll ich eine Sternschnuppe malen? Nein das ist keine Sternschnuppe Hier sind auch gerade keine Sterne die ich abwadern kann Könnte Tja ich kann nur den Mond malen Bin hier weil ich hoffe ich kann den Wunsch stehen Aber Sternschnuppe sind jetzt selten nicht so wie früher Soll es Wenn doch nur eine Sternschnuppe am Himmel erscheinen würde Dann könnte ich mir etwas wünschen Wenn du jetzt das Pein eine Sternschnuppe wünscht Dann wird der Wunsch wahr Wird erscheint sogar der wirbelnde Himmel wieder Warum bleibst du nicht neben mir stehen und hilfst mir eine Sternschnuppe zu finden? Hm Wo soll ich jetzt einen Stern an den Himmel malen? Na 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 Das sieht so falsch aus da drüben gerade Danke Die Katzen pennen hier Hier ist nur ein versteckter Schatz Eine Hundestatue Eine Hundestatue Ich habe gerade echt keine Ahnung Ich habe gerade echt keine Ahnung was ich machen muss Zeit verlangsamt wird auch nichts bringen Äh Ciao Alles brachian abholzen Wird wahrscheinlich auch nichts bringen Ich glaube auch am Eingang dieses Tempels hier gibt es keine Antwort Oder Ich sehe jedenfalls so Auf den ersten Blick keine Ich sehe nur schlafende Löwen Oh Ich glaube ich habe die Idee Na das nicht Ich glaube nicht Dass es darum geht Feuer In Anzuzünden Ich kann das Feuer gerade nicht anvisieren Warum zur Hölle kann ich das Feuer nicht anvisieren Ja ich kann ihn abfackeln und das war es auch schon Okay Für so einen Schwachsinn kann man sich ja zum Glück Hilfestellung holen Ah So So Vorher etwas Geld machen Jo Das kann sich aber schon ein bisschen Nervig Deshalb brauche ich Turm Katzenschrei Shinzo Feld Agatha Wald Da ist die Häsigerin Die ich fragen muss Was ich jetzt tun soll Bin sogar direkt bei ihrer Hütte Bin sogar direkt bei ihrer Hütte durch Hütte Be Altyazin Vielen Dank.